Heyo und Willkommen zu Dead Island in der Definitive Edition. Lasst uns gemeinsam die Welt in Blut ertränken und mit Köpfen um uns werfen. Dann viel Spaß und los! Du bist ja blöd. Der schlau war der jetzt nicht. Der ist halt direkt runtergesprungen. Ha. Schaffe ich das oder falle ich da runter? Habe ich geschafft. Ah hier war auch irgendjemand. Eigentlich ganz nice, dass es das hier so gibt. Natürlich. Natürlich. Ich habe dich in Höhe. Der ist sogar noch mal reingelaufen. Ich muss da eh runter. Ich muss. Ich muss. Fuck. Das ist gar nicht gut. Okay, da unten ist jetzt Tote Hose. Und ich habe ein Level abgemacht. Da schauen wir doch direkt mal. Ähm... Ja, ja, ja. Zack. Um einen Feind zu zerstampfen, ziele genau auf den Kopf des Feindes am Boden und drücke L1. Das kommt mir sehr gelegen. Um deine präzise Attacke auszuführen, drücke L2 erneut, nachdem du den ersten Treffer gelandet hast. Ja, okay. Das nächste ist dann Kritt. Ich muss aber hier erstmal runterkommen. 600 hat er mir gebracht. Was? Also eine gewisse Höhe können sie überwinden. Ja, okay. ich ignoriere die mal und geh mal weiter hier ändert sich grad die optik irgendwie okay die sind zu blöd dafür das habe ich nicht so erwartet time to die das ist ja ganz beschissen gerade okay doch dass sie es hoch genug dass sie es nicht schaffen ja ja zu kommen ich muss ich muss darüber dazu muss ich aber runter wie scheiße aggressiv sind denn die während ich hier oben rum renne ist da nicht den ihr ernst Stop, buddy! Ich schlag irgendwie nicht mehr richtig zu, also ich treffe nichts. Aber auch gar nichts. Bitte was? Wo bin ich denn jetzt? Das hat mich jetzt 2.000, 3.000 Scheine gekostet, sinnloserweise. Dann wurde ich hier irgendwo ausgesetzt. Ich bin jetzt nicht mehr auf dem Weg. 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 Okay, hier ist viel Cooles. Ich bin jetzt nicht mehr auf dem Weg. Das Familienbild. Ausweis. Ich muss mal kurz hier zumachen. noch Snack, noch Heilung und einen Haufen Stuff. Was habe ich denn an Billigzeug dabei, was nichts wert ist? 86, 86 und 87. Das fallen lassen. Das fallen lassen. 93, 96. Okay, quasi alles, was unter 100 ist. 110, 308, 180, 149. So weit so gut. Den kann ich wegmachen. Jetzt will ich zum Elektro laden. Das ist echt eine Scheiß Gegend hier. Eine richtige Scheiß Gegend. aufb". Mmm. Oh ... Oh scheiße. So nicht. Natürlich. Einen Lappen. Der Kick macht einfach mal 18.000 Schaden. Schwermetall-Mods. Ok. Alkohol. Snack. Alkohol. Energy. Dies. Kasse. Aufzeichnung. Ich bin so sorry, Gerrit. Ich bin wirklich so sorry. Ich weiß, dass ich... Ich habe nicht immer da für dich und Jakey gewesen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Freundin oder Vater gewesen bin. Ich weiß, was du mir sagst. Ich bin immer auf der Straße. Ich arbeite immer auf der nächsten Geschichte. Und eine Überraschung. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Aber... Ich habe das für dich. Und ich hoffe, dass jemand es finden wird. Ich glaube, dass jemand es finden wird. Ich glaube, dass ich nicht viel Zeit habe. Ich bin im Hintergrund. 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht... Ihr Ballgames oder... Ich bin... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ihr Haus. Ich bin nicht sehr gut an das. Oho. Der hatte mal ordentlich Schiss. Standard. Sten-Dart. Standard. Interessanter Name. Sehr interessanter Name. Okay, zu dem gehe ich jetzt auch hin. Das habe ich. Alles klar. Wir gehen zu Standard und dann da runter. Du stehst hier einfach draußen rum. Uh, haben wir auch. In Zeiten wie diese, du denkst, dass die Leute zusammenziehen würden. Aber einige Leute nehmen nur was sie wollen und töten jemanden, der in den Weg kommt. Und ich sage, Leute wie das nicht verdienen zu leben. Also, du hast was du tun musst. Hörst du, bevor sie verbraten, alles, was ich habe. Aha, was ist das für eine Hütte? Ist das nur ein Durchgang? Ist das nur ein Durchgang? Hm, okay. Ich regel das. Was ist das für eine Hütte? Fuck you! Surrender! Surrender! Die sind schon leicht übertrieben, die Dudes. Die sind schon leicht übertrieben. Die hab ich nicht mal gecheckt. What the fuck? 206 für die Knarre. 206 für die Knarre. Okay. Okay. Ein paar Schuss hab ich. Ich könnte hier auch rumballern. Okay. Also Waffen sind echt mies. Monster. Die anderen sind da drin, oder? Okay. 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 Ignore-schluck. Sollen wir hier ein schönes Ausweis. Geld natürlich. Recht viele Taschen. Mittelalter-Mod. Okay. Werde ich rausfinden, was der bringt? Okay, hier drüben noch. Ach, das Badezimmer. Drauf geschissen. Wegen 128 Piepen. Mache ich mir da nix draus. So mein Freund, deine Hütte ist wieder frei, aber es hat gut gekostet. Danke auch. Okay. Das habe ich. Habe ich. Das ist fällig. Wie komme ich da am besten hin? Uh-huh. Uh-huh. Das ist fällig. Das ist fällig. Das ist fällig. Das ist fällig. I'll bury you. Okay. Da.